Hallihallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist eure Angie. Ich hoffe, euch geht's gut. Und zwar geht es heute um ein Thema, nämlich abnehmen. Möchtest du endlich abnehmen können und dich wieder wohlfühlen können, in den Spiegel gucken können und glücklich dabei sein können? Dann bleibe dran. Ich erkläre dir die Ursachen dafür, warum manche nicht abnehmen können, trotz Sport und gesunder Ernährung. Ich habe nämlich selber ganze 60 Kilo in beiden Schwangerschaften zugenommen und irgendwann konnte ich halt nicht mehr. Man guckt in den Spiegel, fühlt sich nicht wohl und dazu fühlt sich mich dauerhaft schlapp. Zusätzlich kam auch noch mein Eczem dazu, da mir die Mineralien gefehlt haben. Irgendwann habe ich mir gesagt, so geht das nicht mehr weiter. Also beschäftigte ich mich mit Ernährung, mit Sport und mit den Ursachen, warum manche Menschen nicht trotz Sport und gesunder Ernährung abnehmen können. Thema Ernährung. Vorerst solltest du deine Portion halbieren. Dein Körper kommt sonst schnell mit einem Jojo-Effekt dazu, wenn du von 0 auf 100 anfängst mit super Ernährung und mit super Sport. Gewöhne langsam deinen Körper dazu an, auf Zucker zu verzichten. Ich habe eine Freundin gehabt, die hat zu mir gesagt, Angie kannst du mir bitte Tipps geben, wie kann ich trotzdem abnehmen, obwohl ich eine gesunde Ernährung führe und Sport treibe. Als sie mir dann mal gezeigt hat, was sie so an Zucker zu sich nimmt, wenn sie mal backt, obwohl sie dazwischen mal gesund isst, dann habe ich ihr gesagt, da musst du dich eigentlich nicht wundern. Sie hat für die Waffeln ganze 300 Gramm industriellen Zucker benutzt. Man kann Waffeln auch prima ohne Zucker backen. Wenn du backst, kannst du das super durch Datteln ersetzen oder durch Honig. Ich backe immer ohne Zucker. Dazu solltest du natürlich auch auf Süßgetränke verzichten. Nichts treibt einen so zur Zunahme wie Zucker. Um deinem Körper was richtig Gutes tun zu können, solltest du morgens zwei bis drei Tassen Wasser zu dir nehmen. Im Idealfall machst du ein Glas daraus mit Zitronensaft. Frisch gepressten Zitronensaft natürlich aus Bio. Zitronensaft regt den Stoffwechsel an. Es entgiftet enorm. Du tust dir wirklich unheimlich was Gutes, wenn du zwei bis drei Tassen Wasser morgens und ein Zitronenglas dazwischen zu dir nimmst. Natürlich solltest du auch zum Abnehmen bewusst viel auf Obst und Gemüse umsteigen. Viel frisch kochen. Gerade jetzt in der heutigen Zeit. Ich sage immer nämlich, frühstücke wie ein König, esse deinen Mittag wie ein Kaiser und esse abends wie ein Bettler. Am besten gebt ihr das Abendessen eurem Feind ab. Da sind wir natürlich auch bei dem Thema jetzt Abendessen. Ich kriege immer mit, dass viele immer über dem Tag wenig essen, aber abends reinhauen. Was total falsch ist. Unser Körper braucht nachts seine Ruhe, um entgiften zu können. Essen wir spät abends, weil es unser Körper manchmal nicht wie alles richtig verdauen soll. Oft ist es ja auch so, dass wir ja über Fett entgiften oder auch über die Haut. Denn wenn du spät abends isst, hast du nicht nur ein höheres Risiko an Krebs, was auch Studien bewiesen haben. Du verursachst mehr Fett an deinem Körper. Also nimm dir vor, viel morgens zu essen, mittags auch zu essen. Natürlich nicht so voll wie morgens, aber versuche abends drauf zu verzichten. Dein Körper wird dir das danken. Irgendwann wirst du merken, wenn du morgens aufstehst, bist du nicht mehr so kaputt, wie vorher, als du damals abends spät gegessen hast. Nächstes Thema. Meditation. Hättest du jemals gedacht, dass Meditation viel dazu beitragen kann, um abzunehmen? Meditieren durchbricht den Hungergefühl und die Stresshormone. Denn wenn wir bewusst tief ein- und ausatmen, kann unser Körper viel besser entgiften. Und das trägt dazu bei, dass du besser abnehmen kannst. Ja, als nächstes. Diät fängt auch in deinem Kopf an. Auch wenn das jetzt für dich komisch anhört. Aber setzt du dir bewusst ein Ziel und sagst dir morgens und abends, am besten schreibst du dir auch noch Zettel dahin, dass du es gleich morgens und abends siehst, fängt dein Körper unbewusst an, sich vorzunehmen, wirklich abzunehmen. Schreibe dir Zettel hin, wie mit, ich schaffe das, ich werde abnehmen. Und bis zu dieser und dieser Zeit werde ich so viel Kilo abnehmen. Natürlich kommst du auch nicht am Sport vorbei. Fange auch da langsam an. Überfordere nicht sofort deinen Körper. Fange mit Spaziergängen an und dann mit kleinen Runden joggen. Und Stück für Stück erhöhst du das. Eine der effektivsten Abnehmen-Methoden ist das HIIT-Cardio-Training. Zum Thema HIIT-Cardio-Training kommen wir dann zu einem anderen Video von mir. So, jetzt kommt das Spannendste am Video. Für die Menschen, die trotz Sport und gesunder Ernährung nicht abnehmen können. Passiert ja auch, habe ich schon öfter gehört. Was für eine Ursache kann das eigentlich haben? Und zwar der Darmpilz. Durch den Industriezucker fangen wir an, unser Darm zu schädigen. Und verursachen somit oft einen Darmpilz. Wusstest du eigentlich, dass 70% unserer Immunsystems im Darm ist? Durch den Darmpilz fangen solche Symptome bei uns an. Volle Gefühl, Depression, Müdigkeit. Denn die nehmen auch sogar die Mineralien zu sich. Also, was solltest du tun, wenn du dich oft schlapp, müde, aufgebläht, auch ganz oft ein Symptom, und nicht abnehmen kannst, trotz gesunder Ernährung und Sport, dann solltest du unbedingt einmal zum Heilpraktiker oder zum Arzt und eine Stuhlprobe machen lassen. Fällt der Test positiv aus, wird man mit dir besprechen, wie man diesen Pilz bekämpft. Und du wirst sehen, es wird dir schon direkt besser gehen. Und ja, abonniert gerne meinen Kanal, um auf dem Laufenden zu sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich würde sagen, legt los mit dem Abnehmen. Ihr könnt gerne kommentieren, wie es euch geht, was für Ziele ihr erreichen wollt, oder was ihr schon für Ziele erreicht habt. Und bis bald. Tschüss!